ein hallo und herzliches willkommen zurück hier zum planeten techniker im humble dlc ja meine damen und herren wir sind wieder mal zurück und ich würde mal das hier so rein tun genau so ich brauche triebwerke ich brauche dies ich brauche dass ich brauche jenes ich brauche alles ich habe als erstes mit euch immer mal die werte durch wir haben die mittlerweile ja die sauerstoffatmosphäre das haben wir auch schon gemerkt der aufmerksame zuschauer sieht das dann hier an diesen zeichen hier unten dieses unendlichkeitszeichen das heißt wir haben keinen sauerstoffbedarf mehr ja kam überraschend aber jetzt ist es da und da ist auch gut wir haben eine atmosphäre und wir sind bei den fischen bei 50 prozent mehr ist nicht zu sagen wir haben sauerstoff wäre mit luftdruck und biomasse das sind doch heftige zahlen zum teil und damit sind wir bei rund 76 milliarden angekommen genau jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken unsere drohnen machen ich habe noch ein paar gebaut ich weiß es nicht wie viel noch mal vielleicht so zehn oder so wir haben glaube ich jetzt 21 drohnen das werden uns gleich mal anschauen und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken 2,2 ti ja es kam die frage in den kommentaren auf es gibt hier kein ende ja ich habe es am anfang ja schon mal gesagt ich vermute und das ist jetzt nur eine vermutung ich muss mich da ein bisschen zurückhalten aber ich habe ja am anfang die karte gezeigt sie ist ja größer als gab es ja ein update hier gab es ein update das war vorher nicht drin oder haben wir das durch irgendwas entdeckt nee das war hier war doch freifläche okay ja das ist doch schön und auch hier hinten ist was dran gekommen hier war doch diese einzelne ja okay dann ist das nächste update schon mal nicht weit so wie es aussieht gut also wir sind ja dass ich das wenn wir jetzt hier durch sind wenn ihr die durch terraform zeit heißt es ja nicht dass ihr am ende seid sondern das ist genau wie bei prime wir haben hier die möglichkeit natürlich noch weiter zu machen und das heißt im klartext das ist aber auch jetzt hier schön eingeschachtelt das war aber schon zu sehen aber das hier hinten ist auf alle fälle neu okay also wir haben das kommen ja immer neue ich weiß nicht alle wie viele abstände die das machen aber alle paar monate kommen ja hier neue sachen dazu genauso wie bei prime ja und ich sag mal so in ein zwei jahren wird es dann hier fertig sein und dann haben wir auch das ende der geschichte die machen das natürlich nicht alles mit einmal das geht nicht da würden sie jetzt ein jahr nichts raus bringen und so haben wir immer was zu tun und können das immer erweitern ist eine ganz einfache geschichte so das heißt aber auch für uns wenn wir natürlich jetzt fünf milliarden terraform haben wie bei schuldigung fünf billionen terraform haben wie bei dem anderen brem bei brem wo man dann eigentlich fertig sind oder fünfe halb waren es wohl glaube ich wo das dann die abreise möglich war haben wir natürlich hier wieder irgendein geheimnis zu lösen denke ich mal damit man auch diesen planeten eventuell verlassen können oder was auch immer und das heißt natürlich da müssen wir warten wenn ihr soweit zeit dann müsst ihr jetzt warten da müsste jetzt geduldig sein ihr könnt eure basis aufbauen ihr könnt noch ein bisschen industrie schaffen was auch immer ich würde nicht empfehlen an den randgebieten zu bauen das war schon ein heikles ding hier was ich mir hier getraut habe aber zum glück ist das biome hier unten dazu gekommen und hat sich entwickelt und damit ist das also auch ein sicherer standort wie es scheint was noch ein bisschen komisch ist dass meine rohstoffe unten schweben aber die muss ich dann mal holen wer weiß was dort im weg ist was da geplant wurde vielleicht ist es diese wolkendecke diese schicht die da irgendwas bewegen soll wie auch immer ja da müsste unsere rakete gleich wieder kommen da ist ein schönes ding ja also das nur mal so das ist natürlich dann nicht zu ende das dlc geht natürlich hier weiter ja das hatte ich aber auch am anfang mal gesagt wie groß die karte ist und es war ja so weit raus zu scrollen dass wir da natürlich auf alle fälle noch ein bisschen spaß haben werden die nächsten monate vielleicht auch jahre je nachdem gut dann wollte ich noch mal was sagen mein geheimdienst hat gesagt ich habe schon wieder letzte folge mist erzählt auch wenn es dezenter mist war war es irgendwo mist und ich soll das mal klarstellen es tut mir leid dafür aber manchmal denkt man dass es so ist und dann ist man davon überzeugt egal was andere sagen man hat das so ein gefühl dass das schon immer so war weil man das so gespielt hat und dann ist es so ja wir sind ja der konkurrenz von star from robotics ja und natürlich meine falsche propaganda an der letzten folge soll natürlich den konkurrenten hier verwirren und ja aber mein geheimdienst hat gesagt mit solchen mitteln arbeiten wir nicht ich stelle das klar ja also dass mir die raketen ist ganz einfach die erste und die zweite bringt uran und iridium so wie es drinnen steht und die anderen bringen nichts es gibt noch events die zufällig sind wo da mal was vom himmel fällt und dann gibt es das eine starke event wo da mal die kiste vom himmel fällt ich weiß auch nicht ob das hier ist ich habe es ja noch nicht gehabt ihr habt vielleicht schon gehabt das kann sein und vielleicht ist das hier auch wieder so das hat mein geheimdienst darum gebeten ich soll das richtig stellen und ja und nicht den feind hier verwirren oder den konkurrenten okay machen wir es mal auf die art ja gut dann haben wir das auch geklärt und ja aber es ist manchmal so manchmal ist es halt alles ein bisschen verwirrend oder man denkt dass es so ist und dann ist es nicht so gut ist aber auch jetzt erst mal zweitrangig das haben wir erledigt jetzt heißt es für uns ich habe ein paar sachen vorbereitet ihr habt schon gesehen ich habe das hier ein bisschen verändert ich möchte das also auf diese ebene angleichen und wir werden dann hier sobald man auf den grünen hier so ab der stelle werden dann schrägen diese schrägen nutzen und dann ist das glaube ich eine bessere plattform als das was hier unten war wie gesagt ich habe gesagt am anfang habe ich gedacht das wasser schwappt hier rüber und das wird hier ein wasserfall im endeffekt ist es das auch nur dass der wasserfall 30 40 meter unter uns ist und oder sagen wir mal 50 meter vielleicht und da unten raus kommt ja kann man alles nicht vorher wissen deswegen habe ich das so gemacht und ja die habe ich schon mal umgestellt die sind so weit den werden wir auch noch hier oben irgendwo hinstellen und es kann sein dass diese zwei dann hier hinter irgendwie kommen und sich dann hier hinten ein bisschen fett machen vielleicht kommt auch ein paar dazu dass wir das dort vorne dann irgendwann mal entsorgen und vielleicht nur noch ein paar dinge stehen haben ansonsten hat sich hier drin nichts verändert außer dass ich die ganzen belieferungsbefehle hier gegeben habe ja und es wird irgendwie nicht weniger und naja aber wir haben auf alle fälle haben wir was da ihr seht es ja ich habe das auch mal geordnet dass das so ein bisschen optisch besser rüber kommt gut wir gehen hoch ins labor teleporter haben wir natürlich noch nicht wir können keinen pulsar quarts im moment herstellen das kommt noch und sobald das dann losgeht haben wir dann auch eine richtige produktion und dann wird das hier ja hoffentlich rasseln 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 und dann werden wir mal sehen wo dies ganze hier hinführt jetzt muss ich mal gucken ich habe ein dings gegeben dass die mir das hier liefern sollen auf die das machen weiß ich nicht ich mach das mal so und hoffe dass das funktioniert ja kann ich ja noch ja ich könnte eine prio aber die müssen natürlich auch wachsen priorität das ist übrigens meine wirkliche frage jetzt keine feststellung priorität 5 wäre das höchste oder und priorität 1 ist oder wie soll ich das verstehen dass ich habe es immer 1 5 ich könnte da keinen unterschied feststellen aber ich glaube wenn du einfach auch zu viele sachen auf priorität stellt ist es dann auch ja ja dankeschön das nehme ich gern so ich brauche nämlich ein paar dinge und ich muss mal gucken was man brauchen ich brauche sechs stück davon irgendwie ich habe schon mal auf screen was was hergestellt das habe ich aber schon wieder vermehrt weiß gebraucht habe einfach und jetzt muss ich einfach noch mal was mehr herstellen ne so dann wollten wir mal das hier machen warum habe ich denn das hier als nachfrage das nehmen wir mal raus ich nehme das hier rein machen wir auch eine prio ich brauche noch ein bisschen schwefel irgendwie brauchen wir da was so achso dann brauche ich das auch noch ja ich habe hier auch eine prio drin ach ja jemini überall prios dann läuft wieder nix aber so ist es halt die vier stück haben wir schon das ist doch schon mal was dann brauche ich jetzt das davon brauche ich was da kriegt man irgendwie das au hin wo habe ich das hingetan das habe ich oben auf dem dach da müsste ich mal was holen und dann brauche ich ein zwei drei stück reicht das ich glaube jetzt muss ich mal überlegen wie viel wollte ich davon machen ja und hier haben wir übrigens auch die roten jetzt drin dass den stickstoff ist jetzt noch nicht so dass ich es bräuchte aber wir haben so viele fälle wo tue ich denn das hier mit rein ist alles irgendwie bisschen bisschen knapp so dann brauche ich hier die grünen davon brauche ich ein bisschen mehr ja und ja das dauert jetzt moment bis das glaube ich fertig ist ich habe aber auch nichts mehr hier im speichern das ist alles ist alles weg gut dann zeige ich euch der weile mal bis das nach sprießt was ich hier habe und zwar habe ich hier diese sachen gemacht ja und wofür für unsere beete denn ich möchte gerne ein paar beete machen damit war auch den honig verwerten können ja und dann können wir wir können selber essen wobei mir das relativ egal ist das habe ich ja schon gesagt aus diversen gründen die einfach mal gucken das bräuchte ich für mich ist es egal ob der jetzt 40 oder 80 auffüllt ich muss den platz auch haben und je weiter es runterkommt und so mehr laufe ich vor allem beim leben halt immer gefahr dass ich es nicht mehr rechtzeitig merke oder schaffe und dann ist das halt so ne deswegen lassen wir das mal so im raum stimmen so jetzt muss ich noch mal gucken ich habe drei davon ich brauche drei davon ich brauche also nochmal stickstoff So da müssen wir hier auch noch mal ein paar bauen jetzt haben wir hier auch noch sauerstoff das ist ja ein ding ok gut wir haben auf alle fälle das jetzt und da muss ich mal gucken ob wir hier noch was haben dann würde ich das nämlich mit verwerten das haben wir nicht das haben wir auch nicht ne dann ist das erst mal erledigt gut dann können wir schon mal das erste bauen gehen und ihr wisst wo die reise also hingeht ich möchte jetzt drei pflanzpötte machen wo wir auf alle fälle die pilze Wo sind sie? Pilze haben wir keine dann nehmen wir die hier also hier die pilze auf jeden fall weil die sind fürs bioplastik glaube ich wichtig wir brauchen das für die anderen sachen für Wie heißt denn gleich? Für die dünger sachen genau 1 und 2 und Ja Kürbis Ja fürs bauen ein bisschen aber da reichen auch die normalen und hier halt für den honig bräuchten wir auch noch was also sprich Bohnen, Kürbis Pilz, Entschuldigung Bohnen, Pilz und Auberginen die früchte werden wir da anbauen so machen wir das einfach mal Gut dann haben wir das Dann, 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 dann Ja Raketenmäßig wie gesagt müssen wir gucken So ich würde das einfach mal mit hier hinsetzen Das reicht nicht was habe ich denn nicht wasser habe ich nicht ja und das sammelt hier alles ein Ja Ich hatte irgendwo hatte ich mal eingelassen Da solltet ihr das nicht mehr einsammeln würde ich erwarten das weiß ich nicht mehr Ich glaube das war der da oben So die habe ich jetzt weggenommen Und dann können wir das hier setzen genau dann machen wir das mal hier hin Am Ende ist es ja eigentlich egal denn wir können das auch gerne hier ansetzen Die Raketen machen ja nichts Genau Und dann könnte man auch eine klitzekleine Produktion hier etablieren Ja da bräuchte ich wieder einen Fabrikator das haben wir aber da Ja Ja und das wird wunderbar werden wenn das Lager unten fertig ist die Produktion und dann die Schränke umbefüllt werden Dafür brauchen wir natürlich erstmal noch die die schönen Schränke natürlich Die sind auf alle Fälle wichtig und die werden wir uns auch beschaffen Ja Wir haben in der Sonntagsfolge Ähm Sonntagsfolge war das ja wo wir so lange unterwegs waren genau Da haben wir ja Oder einer hat wieder mal Ähm Ein scharfes Auge bewiesen Das ist echt der Hammer Wie das wie das wie Was manche so Auf was manche so achten im Hintergrund Aber wahrscheinlich ist das als Zuschauer immer was anderes als wenn du hier selber was machst Ähm Da war natürlich wieder Etwas zu sehen Und zwar Ja ich habe mir das dann angeguckt aufgrund der Tatsache Das ist natürlich echter Hammer ne Was da dabei rumkam an neuen Informationen an Kisten Ich habe keine ich habe kein Eisen mehr Wieso habe ich hier kein Eisen Und warum kommt hier kein Eisen Weil der das irgendwo hin klaut Ja und wohin Nach oben kann das sein Oder in die Schränke ich weiß es nicht Ich gehe mal gucken Ähm und das ist natürlich eine ganz feine Sache Äh ich habe es dann auch Also einige waren wirklich schwierig zu sehen muss ich sagen Und äh Einige waren richtig gut zu sehen Da ja Und äh wenn ihr da mal Interesse habt und vielleicht noch Kisten sucht Schaut mal in die Kommentare Da schreibt ein netter Zuschauer bei welcher Minute Und dann müsst ihr bloß bei dieser Minute mal stoppen und die Augen offen halten und dann seht ihr das Ist manches wie gesagt ist wirklich sehr schwierig zu sehen Aber Chapeau sage ich mal ne Gutes Auge Okay Ähm Habe ich denn jetzt mal hier so eine Plattform irgendwo Na das ist doch schon mal was So die mache ich jetzt mal hier dazwischen Ja Komm mal her Zieh dich nicht so So dann machen wir hier noch das andere dazwischen Das müsst ihr dann auch passen Genau Dann haben wir hier auch so ein bisschen Radius Obwohl auf der anderen Seite Hm Warte mal ganz kurz Ich mach das mal so hier Ja dann Weiß ich nicht ob es funktioniert Ja ich mach es mal anders Manchmal weiß ich aber auch nicht warum hier nichts zu Hallo Okay Gut dann machen wir es so Das sollte passen dann kommt da einer einzeln Und hier rum können die sich dann auch nochmal abpflanzen Das ist sehr gut Jetzt machen wir so ein Fabrikator hier rein Hm Ja Vielleicht drehen wir den aber auch mal in die Richtung So dann werden wir mal gucken Ich würde jetzt gerne Den Honig hier bereiten Das heißt ich brauche aber auch einen Schrank Wo der Honig rein kommt Beziehungsweise Warte mal Ja Das ist natürlich jetzt Das glaubst du doch nicht wie schnell geht denn das hier Das hat ja förmlich auf uns gewartet Gut So dann können wir hier Das davor machen Der Honig kommt mal hier rein Jawohl Den tue ich mal hier rein Wunderbar Das ist aber auch So dann haben wir das nämlich auch Und wenn man dann die besseren haben Die können wir dann auch hier platzieren Wunderbare Sache Und du kannst mal hier wieder rein Jawohl So Vielleicht geht das auch manchmal ein bisschen schneller Wenn du die lange nicht geleert hast oder so Wobei ich sagen muss Die haben wir vor uns da eigentlich Erst abgegrast So gut Dann haben wir das Gut Jetzt haben wir das Und jetzt brauche ich eigentlich eine wunderbare Bohnenpflanze Und wenn die gewachsen ist Haben wir dann Ein Honig Eine Bohne Und Es läuft Genau Also jetzt muss ich mal gucken Böhnchen haben wir hier Ja und dann haben wir schon wieder eine kleine Produktion Und dann läuft das Genau So Hier müssen wir hin Eine Bohne rein Ja da gibt es auch ein paar Tricks Mit den Wenn man Wenn man das Ich weiß gar nicht mehr wie das war Du musst es Neu anpflanzen Wenn du Ich weiß nicht mehr wie der Trick war Aber das funktioniert auch nur semi gut sage ich mal Manchmal hat es geklappt beim Getreide und beim Kakao Und manchmal nicht Wenn du die Pflanzen Die den Anbau dann wechselst Du kriegst jetzt 5 Bohnen raus Und dann würdest du hier Ähm Keine Ahnung Getreide rein tun Oder bei Kakao und Getreide hat es funktioniert Du hast Getreide drin Da hast du jetzt 5 Dann wechselst du Erntest es ab Wechselst es ganz schnell auf Kakao Und dann hast du 6 oder 7 Kakao Wenn du wieder wechselst hast du dann 6 oder 7 Getreide oder so Obwohl du eigentlich plus 5 haben solltest Also irgendwie war das komisch Bei Prime hat das funktioniert Mal so mal so Mal waren es 5 Mal hatte ich sogar 10 Pflanzen Es war irgendwie ein bisschen durchwachsen das Ergebnis Aber Ja okay Dann ist es halt so ne Gut Dann würde ich mal sagen Ich schaue nochmal ob wir hier irgendwo ein paar Böhnchen rumliegen haben Hm das sieht nicht so aus Bis auf die hier Aber die können wir ja schon mal machen ja Und dann können wir natürlich auch Oh hier sind die Bienchen unterwegs So Und dann sollte er eigentlich loslegen Wunderbar Und dann haben wir hier 90 Nahrung 7 Terra Token Das würde ich trotzdem mal Mit euch so machen Dass wir Angebot Das Ja Und wenn die Rakete da ist Was sie nicht ist Müssen wir mal schauen Dann Können wir da ganz gerne Dann das mit verkaufen Und die sind Mehr oder weniger voll Wie sieht es denn hier beim Wasser aus Wasser ist ein riesen Problem Okay Ja gut Dann ist das so Ich brauche aber eigentlich Wenn ich ehrlich bin 2, 4, 5 Ja 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 von der Sache ist es egal ne Ja das bräuchte ich dann eigentlich oben im Labor Und hier unten Könnten wir es dann so lassen Wie es ist Ja Dann haben wir hier 7 Hier haben wir dann auch 7 Bis die Rakete wieder da ist Hier vielleicht auch Und dann haben wir schon mal 21 Und dann sollten die das schnell rüber transferieren Dann kann die nämlich gleich wieder starten Dazu jetzt noch 7 mal Ähm Das Essen Hier wie heißt das überhaupt Hochwertiges Essen Genau Und dann sollten das 28 sein Und dann haben wir ganz dicke schon mal eine Rakete Wie immer die wegfliegt und voll ist Mit einem Durchschnitt von so ungefähr Ja Minimum sage ich mal Äh 6 7 Ja so knapp 200 vielleicht ne An Wert Okay Dann brauchen wir natürlich noch mal Jetzt muss ich noch mal gucken Wir haben oben noch ein bisschen da, 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 genau. Ähm, Stickstoff. Den werden wir uns jetzt mal holen. So, machen wir heute eine klitzekleine Baufolge. Oder ein bisschen so hin und her. Oh, was ist denn das? Warum stelle ich das? Nee, das kann ich nicht einstellen, ne? Ich brauche den zweiten. Ja, okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen Abhilfe machen können. Ja, das soll es mal hinkriegen. Ich tue das mal hier rein. Was brauche ich jetzt? Das Zeug. Hier habe ich auch noch so Zeug drin, was ich... Hm. Das ist, äh, das finde ich immer nicht so prickelnd. Irgendwie. Jetzt mach ich mal ganz kurz. Ich tue das jetzt vorne hin. Das ist ja ein bisschen nervig. Ja. Wie gesagt, man kann das natürlich auch von Anfang an anders machen. Dann hat man natürlich die Ordnung von Anfang an drin, aber ich sag mal so... Ups. Das war meine Flasche. Meine Plastikflasche hat geknallt. Ähm. Dann, ja. Sind sie das auch irgendwie, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, ne? Ähm. Das haben wir hier hinten auf jeden Fall. Ne, das wollte ich nicht. Das. Da haben wir schon mal drei. Ja, okay. Zweimal Zeolit. Wollen wir das hingetragen? Ähm. Hä? Oh, ich wäre wahnsinnig. Huhu. Was wollte ich jetzt machen? Wartet mal, kleinen Moment. Ich bin, bin gerade... Ich brauche davon. Ich brauche davon. Und ich weiß nicht, wo ich mein Zeolit hin getan habe. Davon habe ich einen. Das ist jetzt nicht so viel, aber ich habe davon noch eine ganze Menge. 168 Gabel, siehst du? Und da ist er auch schon zurück. Und das ist doch schön. Ähm. Das habe ich mit... Habe ich das mit hoch genommen? Hä? Wo habe ich denn das Zeolit hingetragen? Das habe ich da nicht weggeräumt? Hm. Ne, da hoch habe ich das nicht geräumt. Keine Ahnung. Hier habe ich das auch nicht. Dann muss das ja eigentlich... Hier habe ich es hingeräumt. Hm. Irgendwo hier müsste es sein. Ja, ja. Hm. Alles klar. Gut. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, da setzen wir erstmal noch einen. Und ich hoffe, dass das dann funktioniert. Dass wir da mal ein bisschen mehr Luft haben. Ja, wir haben lange keinen... Also, was heißt lange keinen Strom mehr? Aber... Ich habe ja die Grünen zwar nachgebaut, aber trotzdem... Es hält alles. So, wie es sein soll. So ist er hier. Genau. Und das ist doch sehr erfreulich. Aha. Nein, das glaubst du doch nicht. Da redest du davon und dann... Das ist doch nicht wahr, oder? Ei, ei, ei. So, gut. Wir haben die beiden jetzt hier im Angebot. Hier... Habe ich sie auch bei dem Angebot. Aber die holt eben auch keiner ab. Weil ich nichts... Habe. Weißt du was? Das mache ich jetzt mal hier in Nachfrage. Fülle ich das mal. Und hier hätte ich gerne... Das ist voll. Hier mache ich das mal in Nachfrage von dem hier. Jawohl. Und dann nehme ich die raus. Ich nehme das mit. Werfe die nochmal hier vor. Ja, man hat's... Oder man merkt das auch nicht. Aber ich habe für die Folge anderthalb Stunden vorgearbeitet. Aber merken tüste davon gar nichts. Die ganzen Extrakturen gesetzt. Befehle eingegeben. Aber wie gesagt... Merken tut man das gar nicht, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich brauche... Noch ein grünes... Haben wir. Hatte ich hier noch ein... Ne, die habe ich schon weggemacht. Trotzdem hatte ich irgendwo noch welche. Und zwar hier unten. Einen ganzen Schrank voll. Ja. Zwei, vier, sechs. Das ist doch wunderbar. Dann habe ich hier... Ja, weißt du Bescheid, ne? Gut. Dann können wir das jetzt endlich mal setzen. Das werden wir auch gleich hier daneben setzen. Eventuell könnte man nämlich... Noch eine Produktion setzen. Und jetzt muss ich mal gucken, was uns jetzt noch fehlt. Ja. Die Dünger... Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe die irgendwo. Aber ich habe auch vor uns ein bisschen Zeug hergestellt. Also diese... Diese Larven kosten ja auch Dünger. So ist es nicht, ne? Das darf man jetzt auch nicht verwechseln. Ist mein Strom noch aus? Das hier ein Ding. Das werden wir gleich mal fixen. Hm. So. Ich habe jetzt hier dabei... Die Sachen hier. Die kannst du mal da rein tun. Dann machen wir das jetzt mit den Zweien. Und die Larven tue ich mal zurück. Beziehungsweise Bienenlaufen. Ja, stimmt schon. Das Zeolit merken wir uns, dass wir das hier haben. Das Methan kommt rüber. Das mal gucken. Wo hat man das drin? Da war es hier im letzten, oder? Hm. Bestimmt. Okay. Gut. Haben wir auch. Brauche ich hier noch was? Nee. Das... Tue ich mal hier mit rein. Und weißt du was? Das kann man immer mal gebrauchen. Das lasse ich jetzt auch hier. So, wunderbar. Dann sind wir jetzt leer. Gut. Dann werden wir jetzt mal eine Frucht hier rein machen. Und wie liegt man denn in der Zeit? Ich glaube... Wann habe ich angefangen? Wann, 20. Minute sind wir jetzt. Hm. Eine Frucht. Was tut man da rein? Pilze eigentlich? Oder... Nee, wir tun hier Aubergine rein. Wir können das ja dann später nochmal umwandeln. Das ist ja kein Problem. Hm. Aber das ist natürlich eine tolle Sache. Genau. Und dann können wir hier gleich noch einen Befehl machen. Angebot ist... Die Frucht. Die Nicht-Nachfrage. Angebot ist... Die Frucht. Genau. Bräuchte man nicht, weil der hier in der Nähe ist und das dann so oder so einsammelt. Aber für den Fall der Fälle... Läuft das. Gut. Okay. Dann haben wir das. Ja. Ähm... Raketenmäßig sieht es bei uns so aus. Wie er ist unverändert. 5, 8, 5, 5. Und wir haben die zwei wichtigen hier hinten. Wir haben die erste und die... Vierte von den GPS-Raketen. Jo. Das ist es erstmal. Wir haben aber eigentlich gerade nicht zu bieten. Sowas wollte ich aber heute noch mit euch machen. Wir müssen noch irgendwas machen. Denn wir sind ein bisschen hier am Meeren. Und ich brauche Strom. Habe ich oben noch was in den Schränken? Das weiß ich nicht. Strom. Da brauche ich wieder so eins dafür. Das ist aber... Oh, du hast... Das hast du immer alles nicht. Ach ja. Ich hatte hier was drin. Sehr gut. Hm. Konnte ich eigentlich das hier auch herstellen? Ohne Strom geht es natürlich nicht, ne? Das ist ja der Problem. So. Hm. Das haben wir... Habe ich hier noch eins drin? Ne. Dann habe ich bestimmt eins oben, hoffe ich jetzt mal. Ich schaue mal erstmal hier in den Schrank. Hm. Hm. Okay. Tja, und da liegt alles brach dann, ne? Eins hatte ich doch noch, siehst du. Okay. Dann. Das Wasser? Wasser. Hm. Ich hoffe. Ach, die fliegt dann auch nicht mehr. Ist das neu? Das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Ich weiß, dass die in der Halteposition verharren. Aber das war auch mal am Anfang so, wo die nichts zu tun hatten, ne? Das war mir nicht mehr so bewusst. Ähm. Wo ist er? So. Na ja. Gerettete Situation. Okay. Jetzt machen wir uns mal ganz schnell hier ein bisschen mit Wasser und Essen. Wasser haben wir ja überall. Sauerstoff brauchen wir keinen mehr. Das heißt, ich brauche eigentlich nur was zu essen. Das wächst alles. Dann machen wir das mal so. Wunderbar. Essen habe ich... Trinken habe ich draußen. So. Und was machen wir jetzt? Ähm. Ein paar Minuten haben wir noch mal ganz kurz auf die Karte geschaut. Ich habe ja gesagt, wir müssten eigentlich mal alles so ein bisschen noch abgrasen, was man... Was man so haben. Und das heißt aber auch, wir müssten es so machen, dass wir... Aber warum macht denn der eigentlich hier nichts mehr? Weil der nichts hat. Und warum hast du nichts? Aluminium. Warum bringt den hier... Ich probiere das mal. Aber ich muss aufpassen. Ich habe bald... Ich habe jetzt schon vier oder fünf Prioritäten, ne? Das ist nicht so cool. So, den habe ich natürlich hier auch gesetzt, ne? Aber da tut sich auch nicht viel, weil die alle voll sind. Und, ähm... Ja. Müssen wir gucken, ne? Aber da haben wir schon wieder eine kleine Sache. Können wir nebenbei auch ein bisschen Essen rausziehen, wenn die Rakete nicht da ist. Ich will nur, dass die ständig unterwegs ist. Das ist schon mal was. Wenn wir einen Überschuss haben, bauen wir die zweite und dann ist es das auch. Ähm... Drohnen bräuchte ich mehr und das heißt mehr Triebwerke. Und, ja, Triebwerke brauche ich auch für Raketen. Mhm, mhm, mhm. Das ist hin wie her. Ich habe aber auch hier durch die Sachen wirklich auch genug Zeug, ne? Ich kann das schon so verwerten, dass das passt, ja. Und das können wir auch hier. Sind wir zwar ein bisschen voll, aber ich kann das auch mal hier reintun. So. Und dann ist das auch okay für die Situation. Und dann können wir schon das nächste eigentlich an Energie bauen, wenn wir es bräuchten. Super Sache. Okay, rotes haben wir auch. Alles rot, so wie es sein soll. Ähm... Ein Fabrikator wäre natürlich dann hier unten was, aber das kommt ja alles in die nächste Etage. Gut. Ähm... Äh... Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Das haben wir mehr oder weniger alles. Das kann ich alles nicht ganz so bauen, wie ich es will. Mhm. Ja, da fehlt mir die Düngerproduktion. Die werden wir dann auch mal anwerfen müssen. Das bleibt nicht aus. Können wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Weiß ich noch nicht. Werden wir gucken. Ich würde heute jetzt nochmal mit euch einen Rundflug machen. Wir haben jetzt hier dieses Biom und ich würde das einfach mal mit euch abfliegen. Essen habe ich nichts dabei. Ich gucke nochmal, ob wir hier was haben. Nö. Und der war ja der andere. Der hat auch nichts. Gut, ich nehme jetzt einfach nochmal irgendwas mit, dass wir noch was da haben. Weißt du was? Und damit sich das... Oh, guck mal. Na, das ist doch schön. So, dann nehmen wir zwei davon mit. Und wir machen heute mal den Rund... Die Trim ist schon genial hier. Den Rundflug. Ähm... Um zu sehen, die Grenze mal, wie weit wir kommen. Kann man das ganze Biom überhaupt abfliegen? Und wenn wir was in der Nähe haben, ich würde mal ein bisschen Eisen noch mitnehmen. Denn... Warum Eisen? Da können wir ein... Wie heißt das? Ähm... Funkfeuer bräuchte ich... Äh, da brauche ich Aluminium. Funkfeuer ist auch eine schöne Sache. Dann geht nämlich auch nichts verloren, ne? Dann könnte ich an gewissen Stellen, wo ich etwas baue und das ein bisschen ab vom Schuss ist. Oder ich mich vielleicht auch nicht mehr daran erinnere. Können wir da ein Funkfeuer setzen. Und dann... Wissen wir, dass wir da mal was gemacht haben. Gut. Hier sieht es ein bisschen mau gerade aus. Da haben wir da eins. So. Soll erst mal reichen. Haben wir da eins? Ne. Nicht wirklich. Okay. Gut. Wir fliegen mal los. Und wir schauen mal. Also die Felsformation ist schon echt cool geworden. Das muss ich mal so sagen. Und... Ach. Guck mal, unser Freund hier. Ja. Dann prüfen wir das doch gleich mal, ne? Hast du eine Nachricht von uns? Ne. Aber das, was du hast, nehme ich mit. Und was hast du hier drin? Schon wieder so einen schönen Baum. Das ist aber nicht schlecht, ne? Ja. Und der Punkt ist... Ich habe... Das sieht aber arg übel aus hier hinten. Für das Konstrukt kam mir eigentlich so eine Idee. Da müsste ich aber nochmal wahnsinnig umbauen. Das werden wir aber machen, wenn wir hier durch sind. Wäre ich das dann in eine Folge packen. Ich muss sowieso... Ähm, ich habe festgestellt, ich habe noch zwei schöne offene Let's Plays. Die einfach, ja, in der Zeit eben untergehen. Damit wir halt ein paar andere schöne Sachen hier zeigen können. Wie zum Beispiel Planet Kräfter. Ja, die werde ich aber nachholen. Ich habe Forever Skies. Werde ich dann das nochmal nachholen. Und noch das Raumschiff ausbauen. Ja, und vielleicht noch ein paar andere schöne Dinge machen. Hier geht es aber... Wow. Wo geht es denn hier hin? Tiefsee. Ups. War einer von euch schon mal hier? Hier kommt aber auch kein Briefträger, oder? Äh. Was machst denn du? Da darf ich wohl nicht hin. Wollen wir das testen? Jo, ich darf hier nicht hin. Das ist zu tief. Wie tief sind wir denn? Ähm. 240 Meter. 250. Also wenn das Meter sind. Ich... Sind zwar eigentlich gerade Angaben, aber... Äh. Wie genial ist denn das? Das ist aber schon ein bisschen tief, ne? Also schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr schon mal hier wart. Das ist ja... Also wenn dann das Bildschirm oder der Bildschirm hier rot wird, dann wissen wir, dass wir uns einem Bereich nähern, wo wir nicht noch sein sollten, ne? Aber eigentlich... Haben wir Alpha Wand? Jo. Ne. Irgendwie doch. Oh ja, wir haben hier eine Alpha Wand. Okay, wir sind also... Ja, wir sind hier. Das ist nicht zu sehen, dass das eine Alpha Wand ist. Das ist also der... Der Marianne-Graben hier unten. Wow. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Ich bleib mal oben. Coole Sache. So. Ab jetzt hier. Nein. Nicht auf mich. Geh weg. Geh weg. Der spinnt wohl. Ja, wie soll ich den denn kriegen, wenn ich den jetzt einsammeln will? Ist das so eine Kiste? Oh, das sieht gut aus. Sieht aus wie ein Raumschiff. Ja, toll. Und wie soll ich da hinkommen? Das hast du ja echt gut gemacht. Also wenn das so geflogen ist, wie... Wie Dings, dann sind das noch 100 Meter bis nach unten. Ja. Aber hier unten ist was, ne? Oh wow. Gib mal Gas hier. Da unten ist auf alle Fälle was. Das ist ja mal cool. Ne, wir haben noch Luft. Ähm, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber schön. Irgendwie. Mal was anderes. So ein tiefer Graben. Es könnte vielleicht was mit dem Geheimnis zu tun haben. Wie gesagt, schreibt es mir gerne mal rein, ob ihr hier unten wart. Nicht, was ihr gefunden habt. Also ihr werdet nichts gefunden haben, denke ich mal. Auch beim weiteren Terraforming wird es wahrscheinlich nicht zugänglich sein. Ähm, falls es da unten was gibt, nicht verraten. Aber ich glaube nicht, dass wir runterkommen. Ist hier noch eine grüne Kiste? Ne. Gut. Und dann ist das auf alle Fälle hier die Barriere. Ich würde trotzdem nochmal hier die Insel abschauen. Ja, und dann tun wir mal uns intensiv diesen Objekt hier nochmal widmen. Schauen wir nochmal rein. Schauen wir nochmal hier rein. Da ist nichts. Fand es trotzdem ein bisschen putzig mit die Korallen, ne. Damals. So, ich muss mal Licht an. So, hier ist... Ah, guck mal einer. Ja, und ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe die auch auf der Karte, ne. Das sind dann solche Sachen hier. Wartet mal, ich versuche mal ein bisschen zu scrollen. Ja. Könnte sein, muss nicht. Aber wir haben das hier super gesehen gehabt. Hm, wo war denn das? Hier war da auch eins irgendwo. Vielleicht das hier? Wir hatten ja einige gesehen auf der Karte. Ich glaube, das haben sie weggefixt, kann das sein? Das ist ja nicht so schick. Ich glaube, das haben sie weggefixt. Die waren super zu sehen, ne. Habe ich euch ja neulich gezeigt, wo wir hier so lange unterwegs waren. Hm, schade. Okay. Gut. Ja, die haben wir schon. Die Alpen haben wir auch schon. Da habe ich jetzt auch schon zwei. Oh, Kisten. Aha. Sehr gut. Nehme ich mal alles mit hier. Und wunderbarer Dünger. Das ist doch nicht schlecht. Tja, ob jetzt hier noch eine grüne Kiste ist. Das wäre ja mal eine Sache, ne. Ne, wir warten noch ein bisschen mit dem Trinken. Okay, hier geht es wieder bergab. Hier wird wohl dann keine sein. Und dann höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite. Hm, das ist auch ein bisschen tief, aber nicht so tief. Okay, das geht. Ne, das ist wieder dasselbe. Das war auch nichts. Aber es könnte ja auch mal hier eine versteckt sein, ne. In diesen Gewässern sieht man das ja dann auch ganz schlecht, wenn die hier irgendwo in ihrem Grün rum schwirrt. Hm. Keine Ahnung. Oder hier in solchen Spalten. Ja, kann es ja auch mal sein. Gut, ich denke... Zu kompliziert, wenn sie es nicht machen vielleicht. Aber man weiß ja nicht, ne. Ja, und wenn du jetzt das so alles absuchst auf die A, da bist du eben auch ewig unterwegs, ne. Aber am Ende kannst du dann sicher gehen, dass du auch alles wirklich geguckt hast. Aber auch, dass das so auf die Entfernung so verschwommen ist, ne, haben sie wirklich gut gemacht. Nicht schlecht. Hm. So. Dann schauen wir hier nochmal. Fangen wir hier an und dann machen wir mal einen Rundflug. Ja, auf diesen Ausleger würde ich auch ganz gerne mal nochmal schauen. Auch den ganzen Sims. Was wir hier so haben. Da gehen wir aber gleich hoch. Ich würde das mal hier unten... Und weiß nicht, ob wir da hochkommen, aber vielleicht können wir zumindest mal einen Blick hochwerfen. Ob wir hier noch eine Kiste finden. Ja, könnte man ja übrigens mal mich updaten, wie viele Kisten ihr nun habt. Es sind ja wie gesagt 23 sollen das sein. Und wie viel habt ihr jetzt? Okay, dann werde ich das in Zukunft so ein bisschen so machen, dass ich an der Basis auch ein bisschen baue. Und wir machen dafür ein bisschen Erkundung, weil das einfach vielleicht ein bisschen interessanter ist. Ja, hier war ich jetzt nicht. Das wäre jetzt blöd eigentlich, wenn ich das so mache. Das müsste ich nochmal separat umfliegen. So, gehen wir mal hier rauf. Ich kann hier nicht hoch. Nein, der will nicht. Der will nicht, der weigert sich. Komme ich denn hier hoch? Ich kann auch nicht. Jetzt auch. Gut. Da gibt es nichts. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh ja, okay. Läuft. Ah, wer bist du denn? Nicht runterfallen. Hier schwebt es ein bisschen. Okay. Gut, wir schauen mal rein. Hast du eine Nachricht? Nee. Aber vielleicht einen Chip. Den nehmen wir mit. Okay. Gut. Oh, was hast du denn hier zu essen? Ja. Man könnte ja denken, Starform Robotics hat auf uns gewartet, ne? Ist hier eigentlich was in dem Gestrüpp? Nee. Ich glaube, so fies werden sie dann auch nicht sein. Aber hier oben ist auch schön. Also ich will nichts sagen. Aber hier ist ein bisschen was Dezentes. Ja. Aber wie gesagt, wenn du alles abgrasen willst, ne? Dann musst du so gründlich sein hier. Hm. Und ich weiß gar nicht, welche Zeit wir sind. Dreiviertelstunde? Ups. Hmm. Da ist eine Schlingpflanze, also hier eine Kletterpflanze, jetzt nehme ich es mal, so. Auf der Seite ist nichts zu sehen. Da drücken wir es auch nichts drauf, okay. Ich komme nicht hoch. Was es noch so geben müsste, wäre so ein Regler, wo man das dann mal, wenn man hier vor Ort ist, das alles terraformt hat und dann kann man mal so einen Regler drehen, wie das aussah, als es hier vereist war, als wir gestartet sind. Schwebende Bäume. So, schauen wir nochmal uns die Klippen an. Ich glaube, da ist nicht viel. So. Da haben wir die Pflanze nach oben. Hier haben wir auch wieder einen. Sehen wir den auf der Karte? Ne, ne? Könnte der sein, oder? Ähm, warte mal. Pflanzen? Doch. Das ist der. Wir stehen direkt davor. Mhm. Also man sieht, ihr müsst nur richtig ranzoomen und dann, ja, sollte das passen. So, okay. Ich schaue trotzdem nochmal hier drunter. Mhm. Mhm. Dann können wir eigentlich so im Groben und Ganzen sagen, das Biom, ähm, und da haben wir mehr oder weniger, denke ich mal, alles gefunden. Ja. So, hier waren wir, denke ich, auch schon. Mhm. So, jetzt würde ich gerne nochmal, wir haben ja, irgendwo die gegenüberliegende Seite haben wir ja abgecheckt. Jetzt würde ich nochmal prüfen, ob wir, hier, so ab hier ungefähr, nochmal entgegengesetztes Uhrzeigersinn, nochmal den Rand hier abtauchen. So. Jawohl. Und dann gucken wir einfach nochmal, was uns dieses Inselreich hier vielleicht noch bereit hält. Mhm. 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 Ja, und das, wenn du dir das jetzt auf die ganze Karte hochstellst, dann weißt du, dass das hier nochmal 30 folgt sind. Also wir werden es auch nicht übertreiben, aber was ich auf alle Fälle noch machen möchte, ist das Vulkangebiet. Vulkangebiet? Ja, das Lavagebiet. Ähm, denn ich, wir haben ja dort unten nur mal kurz reingeschnuppert. Ich denke, dass dort unten vielleicht auch noch irgendwo was Geheimes ist. Ihr habt es vielleicht schon gefunden und habt die ganze Zeit da vielleicht Stille gehalten. Aber, ich würde ganz unten, wo die Lava nochmal ist, vielleicht gibt es da noch irgendeine Öffnung oder irgendwas, wo wir vielleicht da nochmal was entdecken können. Müssen wir mal prüfen, ja. Außer hier sagt natürlich, du, ich war da unten, ich habe jeden Zentimeter vermessen, da ist nichts, kannst du dir sparen. Dann ist das natürlich auch was, ne. Dann können wir uns das wirklich sparen. Also so will ich es dann auch nicht haben, nur um da nachzugucken. Ähm, was? Gut, 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 stimmt ja. Ich brauche Sauerstoff. Ähm, also so machen wir es dann auch nicht, ne. Wenn ihr sagt, das ist, ist nicht der Rede wert. So, dann können wir uns das auch schenken. Oder da ist nichts, wie auch immer, ne. Ihr wisst Bescheid. Aber hier wollte ich eben gerne, ähm, Wasserwelt mag ich. Das passt schon irgendwie. Da kann man auch mal nachgucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier noch irgendwas ist, was schön ist. Kannst du mal dein Gerät hier zeigen? Dankeschön. Vielleicht haben wir hier noch was Geheimes. Aber ich glaube es mal eher nicht. Ja. Schön. Okay. Ich glaube, wir können das hier abschließen. Und ich kann mal hier Richtung Basis. Jawohl. Okay, dann haben wir hier bewiesen, dass also unter Wasser wohl nichts zu sein scheint. Auch vielleicht nichts Geheimes. Keine versteckte Kiste. Im Moment zumindest. Hm. Also es besteht auch immer die Möglichkeit, dass Kisten dann im Verlauf des Spiels nochmal abgeändert werden. Woanders hin. Das ist natürlich dann auch klar. So, jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier noch was mitnehmen? Nö. Sauerstoff. Das könnte ich mal mit verbrauchen. Ja, Wasser. Hier waren wir eigentlich drin. Hatte ich hier... Oh, hier hatte ich doch noch Zeug. Genau. Und Elektro. Ja, Elektro. Ups. Warte mal hier. Nimm mal. Danke. Gut, dass wir das gefunden haben. Das wollte ich nicht. Ähm, macht aber auch nichts. Warte, sind das hier Toiletten? Ach ja, Jemini. Mhm. So, ne gut. Dann haben wir das. Das haben wir hier gebaut. Ja, das haben wir uns da abgeguckt. Ähm... Den Rand da drüben haben wir jetzt nicht so stark geschaut. Aber ich glaube nicht, dass da noch was ist. Wir hatten... Äh... Hinter dem Wasserfall war das mit der Kiste. Die hatte ich euch ja damals nochmal extra gezeigt, weil es gewünscht war. Ja, und die haben wir dann mittlerweile auch geholt. Hier war also eine grüne Kiste. Mhm. Und... Ja, ansonsten ist hier im... Im Beach-Biom, im Strand-Biom. Sieht's nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Wir prüfen. Das kann natürlich überall sein, so eine Kiste. Das ist natürlich jetzt absolute Sisyphus hier zu suchen. Aber... Ist aber auch schön hier. Wenn du hier so ein bisschen aufs Wasser rausbaust, ist das echt eine tolle Geschichte, ne? Nicht so trostlos wie da oben. Warte mal, ich will hier nochmal gucken. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Nee. Können wir hier runterbrechen? Ja. Ja, hier war ja auch noch ein Haufen Zeug, ne? Das kann ich alles nicht abbauen. Okay. Betten, betten, betten. Also, wie gesagt, ähm... Ist alles ein bisschen putzig. Denn... Es sieht ja so aus, als ob hier schon mal... Auf alle Fälle Menschen gewesen sind. Oder eine ähnliche Spezies. Wir können es ja nicht genau sagen. Ja. Ähm... Ja. Weißt du was? Ähm... Wir haben doch hier Zeug. Mach das doch mal rein. Wir haben doch hier Zitronen. Und wenn die Bock und Zeit haben, können die das da alles holen, ne? Genau. Warte mal, das können wir mal rausnehmen. Hm, okay. Gut. Hier drin war da auch noch Elektronik, ne? Aber das hat sich auch ein bisschen hier gegeben. Vom... Ähm... Grund her. So. Damit sind wir eigentlich durch, was das angeht. Ja. Und ich glaube, wir können sagen, zum Abschluss, das Biom hat eine Kiste. Wir haben hier eine gefunden, ja? In den... In der Formation da hinten hat man keine, ne? Da hat man keine. Warte mal. Da hat man keine gefunden. Wir hatten nur die hier am Wasserfall. Und unter Wasser ist nichts. Und da hinten ist auch nichts. Und wir haben einen wunderbaren Graben, der uns das Leben austaugt. Also schreibt es mir gerne mal. Mich würde es interessieren, wer da auch zufällig hingekommen ist, wer es getestet hat, zu tauchen und dasselbe festgestellt hat. Ähm... Ich finde es... sehr spannend, wie sie es wieder mal gemacht haben. Und was sie sich haben einfallen lassen jetzt, um die Leute fernzuhalten. Ja, toll. Nö, dich will ich nicht mitnehmen. So. Da haben wir das. Ja, hier... Irgendwo hat man, glaube ich, auch eine gefunden. Aber die hatte ich schon mitgenommen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Schöne Sache auf jeden Fall. Okay. Gut. Ja, unten wachsen auch Pilze an den Sachen. Vielleicht sind das irgendwelche Riesenpilze, ne? Könnte auch sein. Von der Struktur her könnte es schon ein bisschen hinkommen. Wenn so ein Pilz so aufreißt im Wald, das habt ihr ja bestimmt auch schon mal gesehen. Warte mal, ich nehme die Abkürzung. Ähm... Dann sieht das ja auch so ein bisschen so aus, ne? Na gut. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben das heute ein bisschen gemütlicher angegangen, so wie eigentlich immer. Ein bisschen bauen. Und nochmal das wunderbare Biom hier unten uns angeschaut. Wie gesagt, das habe ich hier alles ein bisschen erweitert. Und ich hoffe, dass wir da hier ein bisschen Industrie oder irgendwas noch hinmachen können. Oder mal gucken, ja. Für das habe ich, wie gesagt, gerade eine andere schicke Idee. Nicht das Konstrukt, was hier unten ist. Hm... Ja, es ist schwierig zu erklären. Ähm... Mal gucken, ob man das mit den Bauteilen hinkriegt. Ich hatte ja damals auch für Prime schöne Ideen. Die mussten leider auf der Strecke bleiben, weil ich nicht wusste, wie ich das mit den Teilen bauen soll. Ähm... Ja. Keine Ahnung. Und die Idee, die ich jetzt habe, die hatte ich da auch schon. Mit einer kleinen anderen Form. Aber... Das würde hier super passen. Es wird gigantisch. Wenn ich es baue. Mal gucken. Okay. Das ist es. Das Beach-Biom, Strand-Biom. Eine Kiste gibt es hier unten im Wasserfall. Direkt unten drunter auf dem Sims. Und ansonsten ist hier eigentlich erstmal nichts weiter. Es gibt natürlich noch ein paar Schätze zu finden hier. Die eine oder andere Kiste. Äh... Auch hier das Habitat. Das vorhandene. Ihr habt geschrieben, wenn man länger wartet, ist das dann größer? Ist das wirklich so? Kann man... Könnte das bestätigen? Das würde mich wirklich interessieren. Wenn man hier später runter geht, ist das alles größer oder... War das ein bisschen fähig? Ja... Ansonsten... Was ist denn das hier unten? Ich hab... Ich brauche hier ein Fernrohr, ehrlich. Weiß ich nicht. Was blau ist. Am Rand wird es immer größer. Ist das eine Kiste? Äh! Das Ding war das. Das ist ja mal der Hammer. Aber wenn ich gerade diesen Vorsprung hier sehe, gucke ich nochmal, ob hier eine Kiste liegt. Ihr wisst ja, jeder Fleck könnte etwas sein. Gut. Okay. Ich springe wieder hoch. Gut. Dann würde ich sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für das Einschalten. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann sehen wir uns, ja... Morgen wieder in der nächsten Folge. Mal gucken, was wir machen. Ähm... Wenn ihr mir bis dahin nicht schreibt, was mit dem Vulkangebiet ist, mit dem Lavagebiet, würde ich da nochmal reinschauen. Ihr habt doch mal geschrieben, an diesen Vulkanen, also an diesen Lava-Höhlen, da war irgendwo eine Kletterpflanze. Ähm... Da sollte ich mal runtergehen oder so. Das werden wir mal suchen. Also, ähm... Wir werden trotzdem mal gucken gehen. Egal, was ihr schreibt. Aber wenn ihr gerne eure Erfahrungen schreibt, ob ihr dort was gefunden habt, bin ich euch natürlich auch dankbar. Und wir können uns das dann gerne anschauen. Jetzt muss ich mal gucken. Können wir noch ein Triebwerk machen? Nö, aber vielleicht noch ein paar Drohnen. So, und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Und danke fürs Dabeisein.